Ich hoffe fest, dass du schwindelfrei bist, weil musst du mal schauen, heute sind wir 118 Meter über der Stadt Zürich. Was wir hier oben machen, das erfährst du in deinen SRF Kinder News. Willkommen bei deinen SRF Kinder News. Bevor es hoch rauf geht, noch zu diesem Thema hier. Auf der ganzen Welt steigen die Preise für die Lebensmittel. Ein grosser Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Das bedeutet, dass in vielen Ländern z.B. das Brot teurer ist oder dass es zu wenig Sonnenblumenöl in den Läden hat. Wieso das so ist, das erfahrst du jetzt. Die Ukraine ist das zweitgrösste Land Europas. Ein grosser Teil des Landes wird für die Landwirtschaft genutzt. Man nennt die Ukraine auch Kornkammer Europas, weil dort sehr viel Weizen, Roggen, Hafer, Mais, Raps und Sonnenblumen angebaut werden. Aus dem Getreide wird danach unter anderem Brot, Nudeln und Mehl gemacht. Aus den Kernen des Raps und der Sonnenblumen wird Öl zum Kochen hergestellt. Als noch kein Krieg war, hat die Ukraine ihre Rohstoffe in viele Länder der Welt geliefert. Seit Beginn des Krieges können sich die Bauern und Bäuerinnen dort aber nicht mehr gleich gut um ihre Felder kümmern. Viele von ihnen müssen selber kämpfen oder ihre Felder sind zerstört. Zudem kann die Ernte vom letzten Jahr nicht mehr aus dem Land geliefert werden, da an den Schiffshäfen wegen des Krieges niemand mehr arbeitet. Auch Russland, welches die Ukraine angegriffen hat, produziert viel Getreide, Raps und Sonnenblumen. Russland liefert wegen des Krieges vorübergehend auch keine von diesen Lebensmitteln mehr an andere Länder. Der russische Präsident Wladimir Putin sagt, dass er diese für die eigene Bevölkerung brauchen will. Es wird geschätzt, dass die Ukraine und Russland zusammen fast ein Drittel des weltweiten Weizens des Raps oder der Sonnenblumen für Öle herstellen. Wenn nun sehr viel davon fehlt, haben andere Länder grosse Probleme. In vielen Teilen der Welt werden Lebensmitteln wie Nudeln, Brot, Mehl oder Öl dadurch teurer. Das hat damit zu tun, dass es beispielsweise weniger Weizen hat, um Mehl herzustellen und dann daraus Brot zu backen. Und wenn es von etwas zu wenig hat und viele Leute es haben wollen, steigt der Preis. Besonders betroffen sind die Länder der Welt, die bisher viel Getreide aus der Ukraine und Russland gekauft haben. So zum Beispiel Ägypten. Dort können sich die Menschen kaum mehr ihr Fladenbrot leisten, weil es doppelt so viel kostet wie normalerweise. Expertinnen und Experten befürchten, dass in Ägypten und in anderen betroffenen Ländern nicht genug Menschen essen haben, weil es entweder nicht mehr so viel davon gibt oder eben, weil es zu teuer ist. Im schlimmsten Fall könnte es dann zu einer Hungersnot kommen. Du siehst also, für gewisse Länder hat der Krieg in der Ukraine ebenfalls schwere Folgen. Bei uns in der Schweiz ist die Lage viel besser und gleich erwartet man auch, dass Preise für ein paar Lebensmittel teurer werden. Vom Weizen aus der Ukraine zum Weizen in der Schweiz. Der ist so wichtig, dass es hier für den Weizen sogar sogenannte Pflichtlager gibt. Das sind Vorräte, die die Schweiz brauchen kann, wenn es im schlimmsten Fall keine mehr davon hätte. Ich bin mir so ein Lager anschauen und habe für das das sensationelle Hüblech angelegt, dass ja kein Haar von mir bei dir im Brot landet. Und ich gebe dir dazu noch eine Quizfrage mit auf den Weg. Und zwar wird nicht nur Weizen als Fahrrad in der Schweiz gelagert, sondern A. Schokolade oder B. Kaffee. Lösung findest du jetzt gerade bei meinem Besuch im Pflichtlagerhausen. Es schüttelt, tut und macht. Hier in der Mühle in Zürich wird aus Weizen Mehl gemacht. Aber die Mühle hat auch noch eine andere ganz wichtige Aufgabe. In diesem Turm wird nämlich Getreide gelagert. Es ist eines der grössten sogenannten Pflichtlager in der Schweiz. Und wie das funktioniert, das kann mir Hans Hefliger an einem etwas ruhigeren Ort erklären. Das Pflichtlager ist einfach ein Teil des Silas und muss immer gefüllt sein. Oben kommt es rein, unten fliesst es raus, aber in der Mitte sind wir Getreide. Und das ist das Pflichtlager, da darf man nicht drunter gehen. Wird denn in der Schweiz nur Getreide gelagert als Pflicht? Nein, wir haben nebst Getreide auch Reis, wir haben aber auch Speiseöl, also wenn er backt, brauchen wir Öl, wir haben aber auch Zucker und wir haben auch Kaffee. Wieso Kaffee? Ja, Kaffee ist ein warmes Getränk am Morgen früh und das macht einfach munter. Denken, das mache mir den Papi am Morgen, wenn ich Kaffee, das ist wahrscheinlich sehr, sehr mühsam. Kein Kaffee, dafür aber Weizen hat es da rein. Die Schweiz hat so viel auf Vorrat, dass das ganze Land vier bis sechs Monate Brot bachen könnte. Hier im obersten Stock treffe ich Antoine Boulet. Er ist Müllermeister und zeigt mir neben der schönen Aussicht auch gerade, wo der Weizen gelagert wird. Es ist wirklich ziemlich laut. Mit diesen Schuffeln wird der Weizen von unten hochgebracht und landet nach einem Labyrinth von Rohr schlussendlich in diesen sogenannten Zellen. Und hier kann man nachher schauen, kann man die Zellen dann aufmachen und da ist nachher das Getreide drin. Wie viel Getreide hat es denn jetzt da drin? 600 Tonnen hat es jetzt in so einer Zelle drin. Das sind etwa zehn Bahnwägen, die man draussen gesehen hat. Unglaublich. Elf Stöcke weiter unten kommt der Weizen wieder in diesen Rohren aus dem Silo raus. Ja, also jetzt sind wir etwa auf 40, 50 Meter und vorher auf 180 Meter. Jetzt sind wir hier oben runter, kommt das Getreide wieder raus, das wir nachher in der Mühle formen, zumal zu verarbeiten. Ich bin mega fasziniert und weiss jetzt endlich, wie es in dem Turm Zürich von innen aus sieht und dass das Brot so schnell nicht ausgehen wird. Und jetzt weiss also auch, dass extra Kaffee gelagert wird in der Schweiz für einen Notfall. Die richtige Lösung vom Quiz ist also B. Ich weiss ja nicht, wie es dir geht, aber ich hätte definitiv lieber Schocki auf Vorrat. Der Krieg macht also Lebensmittel teurer. Und dann gibt es noch ein anderes aktuelles Problem, das zum Beispiel elektronische Geräte wie Handy, Computer oder auch Staubsauger teurer macht. Wieso? In China ist Corona nach wie vor ein grosses Thema. Hier im Hafen von Shanghai sieht auf den ersten Blick alles normal aus. Aber das täuscht. Vor dem Hafen stauen sich fast 100 Schiffe, wo keine Ware mehr abladen oder wieder aufladen kann. Und es fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein grosser Teil dieser Stadt mit über 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist nämlich seit ein paar Wochen wegen Corona im Lockdown. Die Regierung hat teilweise Züge und Absperrungen aufgestellt, damit die Leute auch wirklich daheim bleiben. Das ist hart, weil zeitweise hat man nicht einmal aussen dürfen, um genug Essen einkaufen. Und überall werden immer wieder Massentests durchgeführt, wie zum Beispiel hier in der Hauptstadt Peking. China hat in der Pandemie eine sogenannte Null-Covid-Strategie. Das heisst, China versucht, keinen einzigen Corona-Fall zu haben. Sobald sich jemand ansteckt, macht man alles, damit sich das Virus nicht verbreiten kann. Eben zum Beispiel einen Lockdown. Der Lockdown in Shanghai ist in der Zwischenzeit wieder ein bisschen gelockert worden. Die Läden durften wieder aufzutun und die Leute durften zum Teil auch wieder voraus. Im Gegensatz zu China hat die Schweiz gar nie versucht, gar keine Corona-Fälle zu haben. Die Schweiz hat darauf geschaut, dass die Spitäler nicht überlastet sind. Und weil sie nicht mehr so viele Corona-Patientinnen und Patienten haben, gibt es momentan in der Schweiz auch keine Corona-Massnahmen mehr. Ich hoffe, du bist bei den nächsten SRF Kinder News auch wieder mit dabei. Am besten abonnierst du den Kanal SRF Kids auf YouTube. Tschüss und bis bald!